Einen Tiger als Zimmernachbar? Bitte sehr! Diese Hotelzimmer mit freiem Blick auf ein Tigergehege sorgen in China gerade für hitzige Diskussionen. Ein cooler Marketing-Gag oder einfach nur geschmacklose Tierquälerei? Insgesamt vier solcher Zimmer mit dem besonderen Tigerkick bietet das Sandy Tribe Treehouse Hotel im Osten Chinas an. Gäste können durch eine Panzerglasscheibe hindurch direkt vom Bett aus der Raubkatze in die Augen schauen. Die Attraktion ist aber höchst umstritten. Am 1. Februar feiern die Chinesen das Neujahrsfest und läuten dann das Jahr des Tigers ein. Kritiker sehen in den Hotelzimmern einen reinen Werbegag für das Hotel, das mitten in einem Safari-Park liegt. Die Unterbringung der Tiere in der kargen Mondlandschaft sei nicht artgerecht. Laut lokalen Medienberichten hat sich jetzt sogar die chinesische Regierung eingeschaltet. Es müsse überprüft werden, ob das Panzerglas zwischen Tigergehege und Hotelzimmern den Raubtieren genug Schallschutz bietet.